Leute, auf die Seite! Hier unten ist zum Beispiel so ein Sandkasten. Hier unten machen wir den Deckel auf und dann ist die ganze Sandstelle in die Richtung. Die Schläuche hier unten. Wird so frisch geblasen oder wie? Genau, genau. Ich würde verdammt nicht raufgepüßern, dann würde ich das verbrüchen. Aber die Straßenbahn ist einfacher, da machen sie einfach den Deckel auf. Ja? Ja. Das ist jetzt auch nicht voll hier. Hat schon seinen Vorteil. Vor und Seite schon einkippen. Bei Bombardier zum Beispiel haben die so einen kleinen Gabelstapler mit so einer Sauglocke hinten drauf. Die fährt dann dran und büßt dann auch dran. Wir müssen das mit kleinen Eimerchen und immer nach, weil das ein bisschen primitiv. Wir kommen rein. Wir kommen halt raus. JA麻. name 3 5